Frau Sobier, wir haben Sie hier im Studio gebeten, um mit Ihnen die Wirkungsweise unseres neuen Waschmittels auszuprobieren. Wir behaupten, wach wäscht so was, weiter geht's nicht. Vor Ihnen liegen zwei Haufen fächtige Stücke. Der eine wurde nur einmal mit Wach gewaschen, der andere zusätzlich noch genudelt, geschleudert, gepudelt und gepudelt. Sehen Sie einen Unterschied? Nein, ich sehe keinen. Gibt es denn einen? Das ist der Beweis. Wach wäscht so was, weiter geht's nicht. Vielen Dank, Frau Sobier. Bitte, bitte! Vielen Dank.